Bereits im Mittelalter wusste man, Gemeinschaft verbindet. Man teilte sich beispielsweise die Arbeit auf dem Feld. Vor über 150 Jahren entwickelte sich aus dem Gedanken der Hilfe vom Menschen für den Menschen das Genossenschaftswesen in Deutschland. Alle Genossenschaften leben und handeln nach dem gleichen Prinzip. Gemeinsam sind die Ziele besser zu erreichen als alleine. Der gemeinschaftliche Gedanke hat sich bis heute weltweit in vielen Bereichen bewährt. Auch in Deutschland ist jeder vierte Mitglied einer Genossenschaft. Die Sparda-Bank Nürnberg setzt ebenfalls auf dieses bewährte Gemeinschaftsmodell. Mitbestimmung, Fairness und die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder sind die Grundpfeiler der Bank. Hier ist jeder Kunde nicht einfach nur Kunde, sondern Teilhaber der Bank. Anders als bei anderen Finanzinstituten, die in erster Linie global handelnden Aktionären verpflichtet sind, haben die Mitglieder der Sparda-Bank Nürnberg ein umfangreiches Mitbestimmungsrecht. Sie können direkt Einfluss auf die Zukunft ihrer Bank nehmen, beispielsweise durch die Wahl der Vertreterversammlung, dem wichtigsten Organ der Sparda-Bank. Für einmalig 52 Euro erwirbt jeder Kunde einen Anteil an der Genossenschaft und wird somit zum Teilhaber der Sparda-Bank Nürnberg. Dieser Mitgliedschaftsbeitrag wird sicher auf dem Geschäftskonto der Bank verwahrt. Sollte man sich jedoch einmal für einen Austritt aus der Genossenschaft entschließen, wird dieser natürlich wieder zurückerstattet. Bis dahin erhält jedes Mitglied eine jährlich anteilige Dividende. In Zeiten anhaltender Finanzkrisen ist das Genossenschaftsmodell aktueller denn je. In vielen Lebensbereichen nehmen die Menschen die Dinge selbst in die Hand und unterstützen sich gegenseitig. Die Sparda-Bank Nürnberg ist eine Gemeinschaft, die sich der Region, den Werten und ihren Mitgliedern verpflichtet hat. Und das seit über 80 Jahren. Sie beweist täglich aufs Neue, dass sich Tradition und Moderne nicht ausschließen müssen. Darum werden auch sie Teil dieser Gemeinschaft. Denn gemeinsam sind wir mehr als eine Bank. Die Sparda-Bank Nürnberg. Sparda-Bank Nürnberg Untertitelung des ZDF, 2020